Tag 21 der Adventskalender-Gewinnspiele und ja, Entschuldigung, dass in den letzten Tagen keins kam. Tag 18 habe ich heute hochgeladen, verspätet, ich bin heute dazu gekommen. Und ja, Tag 19 haben wir heute, ich habe keine Gewinnbestätigung, bekomme dafür habe ich geringer erhalten. Und zwar hole ich den ersten herzlichen Glückwunsch, du erhältst deinen Weihnachtspulli von Kinder. Das ist das gute Ding hier. Ich hole es trotzdem mal raus, dass man sieht, wie er fertig aussieht. Schön, so sieht das ganze Ding aus, von vorne und von hinten. Freue ich mich, dass ich den gewonnen habe, in einer von 10.000. Und ja, das freut mich richtig, dass ich den gewonnen habe. Und dann habe ich noch was für Knoppers erhalten. Da musste man mit dem Wendeshirt, was ich ja vor ein paar Tagen gezeigt habe, oder mit dem ihr im Filter ein Video-Foto machen. Und die ersten 500 von Team WM und die ersten 500 von Team Weihnachten haben ein Überraschungspaket bekommen. Und zu denen zähle ich. Zum einen habe ich hier eine schöne blaue Mütze mit einem Ball drauf. Man sieht es leider nicht. Das heißt, ich bin Team Ball. Die passt wie angegossen. Und dann habe ich hier noch, wo man sieht, dass es Team WM ist. Mit Thomas Müller drauf. Ja, und dann habe ich hier tatsächlich noch, wo man Knoppers bietet, mit Team WM drauf. Lecker, lecker. Ich esse gern Knoppers. Also freue ich mich. Und ja, wir öffnen jetzt noch U-Tri Tag 19, 20 und 21. In U-Tri Tag 19 haben wir... Oh, wow. Das hört sich gut an. Den Code, den verdecke ich mal, weil ich nicht weiß, ob der bei jedem gleich ist. Aber so eine schöne Schauer-Gel, das heißt, das ist Duschgel. Oh, riecht das gut. Hmm, Orange, Tocan-Bohne. Das riecht richtig gut. Cool. Tag 19. Folgt nur Tag 20. Ich such grad. Tag 21. Ah, da haben wir schon Tag 20. Ich hab ihn. Oh, das ist wieder was schweres. Oh. Was haben wir da? Wie MET. Also so ein, ich würde sagen, veganes MET. Ist das nicht schlecht? Jetzt ist mein Kalender so ein bisschen. Auseinander gefangen. Aber egal. Hihi. Zack. Zack. Und du bist noch nicht an der Reihe, leider. Und Tag 21 ist heute dran. Was hat man da schönes drin? Oh. Schokolade. Nicht übel. So eine lange Schokolade. Lecker, lecker. Und das war's für heute. Wir sehen uns morgen. Peace.